ich spiele als brett ok konzert auswählen ich habe ich habe glaube ich zuerst gedrückt deswegen spiele ich als brett spiele ich bin grün ja vorstellungen ja und willkommen mein name ist an die wahl p und ich bin mit dem mario master und wir spielen ja wir sind zwei pinguine ich spiele als brett der rote pinguin und ich bin der grüne und ich bin fred und wir sind brüder brüder ich kann nicht ranziehen neuschnabel stadt ok was weiß ich über dieses spiel ich weißt du noch als wir wie heißt das spiel mario luigi superstar sager gespielt haben ja ja und wo wir ein controller geteilt haben und die steuerung mehr oder weniger geteilt haben ja weißt du noch als wir diesen einen berg versucht haben hochzuklimmen und hat nicht geschafft haben ja beziehungsweise wir haben es ja geschafft aber mit bühnen und genau so schwer genau so stelle ich mir das gesamte spiel hier vor gerade ich habe nur ich habe schon mal leute gesehen die hat gespielt haben so ein ganz kleines bisschen paar minuten aber nicht sehr weit glaube ich hier können wir reingehen wir sind angekettet wir haben ein seil woran wir angekettet sind war sonst für immer verschwindet ja wie brüder der seins von diesen rage spielen die irgendwie so konzipiert sind einen aufzuregen ich habe noch nie so ein spiel gespielt also mal gucken wir dann aber im moment mal wir hatten doch bloß gespielt moment mal im moment am ende hatte ich mich aufgeregt man jetzt nicht so ich denke ich denke ja an diese diese ganzen spiele wo du immer irgendwie was hochkett haben muss oder so kennst du dieses eine spiel so gott kennst du dieses eine spiel wo man irgendwie in sohn in so einem kessel ist mit so einem typ den hammer hat getting getting over it ja so ein spiel dem ich meine ist das habe ich ja ich wollte auch mal spielen aber ich habe es halt nicht die gelegenheit dazu gehabt okay würde ich noch sagen gehen wir von neu starbestand einfach mal nach rechts weiter jetzt ist die zeit gekommen ihr müsst euch gegenseitig helfen um weiter zu kommen und erinnert euch an euer training mit charlie zu erreichen aber solltet ihr auf dem weg fotos finden behandelt sich die einen schatz ok diese fotos erinnern mich immer an meine jugend war das würde mir also wirklich eine menge bedeuten und nun geht schon ich möchte endlich bei drücken halten endlich gebirge ich glaube du kannst auch etwas höher springen als ich ich glaube aber gleichzeitig springen springen wir irgendwie höher ich glaube schon heute war warte mal bleib mal stehen dass ich mal kurz springen so jetzt 123 123 ich glaube ich bin ein bisschen höher wenn wir gleichzeitig springen ja ich glaube schon okay ich sehe dich hoch ich sehe ich hoch mein brater okay gehen wir noch mal die wichtigsten punkte zum thema klettert durch ich hoffe diesmal vergisst du nichts aufpassen am wichtigsten ist das schwung holen um zu schwingen muss sich einer von euch verankern kann nichts halten um zu fixieren ja ich will sagen die box controller ist ja dein partner muss ich nur nach unten fallen lassen und von einer seite zu anderen schwingen ganz einfach ich glaube ich aber wirklich dass ihr eure abenteuerbar seid der denkt nun daran nur nicht nach unten zu freuen dann klappt auch als ihr könnt aber auch jeder hat dann einen blick in die anleitung werfen ok ding ding so nun findest du seid so fahren kann ja das finde so macht nämlich an ja wenn du ex zurück und ein anderer muss sich schwingen ich verstehe ich glaube wir müssen ein bisschen so ich glaube wir müssen uns ein bisschen absprechen ja wenn wir uns bewegen ja wer will wenn wir darunter wer will das schwingen ich oder nur einer muss ich fahren schwingen dumm ich beankere mich okay da geht man ein bisschen mit ja ok ok wo und nun aber jetzt musst du dann richtig zur richtigen zeit loslassen oder weiter kommen werden wir werden es schon schaffen 32 wir sollten uns wieso wir warten wir lassen mal wie machen wir ein 23 und dann springen und dann muss ich zur richtigen zeit loslassen wenn du hoch genug bis da muss ich auch noch drücken ich glaube ich bin ich gar nicht muss ich auch springen irgendwie glaube ich glaube ja 12 23 genau genau nach 12 23 ja ok was ich war hoch versuchte und versuchte und du auch mal mit dem schwingen irgendwie drücken und jetzt 1 2 ich muss ich muss auch lernen wie das geht wir kommen zum projekt jeder jeder mann war das wird es wird glaube ich ein eine weile da 123 wieso komme ich kein ding muss ich auch noch drücken oder was ich würde einfach mal sagen dass du auch springen muss wo ist die anleitung da oben ist die anleitung da oben steht sie ja ich kann man nicht draufklicken und ich kann damit ja ich kann dann nur mit der maus das mal anleitung unendlicher looping halten gott schwinge hin und her von der nach unten rechts und schwung zu holen hatte dass ich nicht vor eine richtung entschieden als halten denn denn höre auf dich und drehen und deinem partner auf einen plattform zu stehen ok ich schwinge vor dem fallen ich fixiere du hast nicht richtig fixiert ich habe die ganze zeit fixiert ich bin fixiert ich versuche damit du warte mal mehr schwung aufbauen hin und her aber ich glaube ich weiß wie das war der folge glitschte müssen wir mehr seitwärts die ganze zeit 123 123 123 ok fixiere dich fest so wann muss ich loslassen jetzt am besten wenn wenn ich welch oben rechts bin ok ich bewege mich dann mit nach rechts nämlich an denke ich auch da muss ich da ausspringen ich weiß nicht oder muss ich mehr schwung aufbauen das ist die erste höhle und wir kommen wir nicht weiter ok 1 2 3 ok ok ich muss ausspringen dann ok ok ich habe das funktioniert ich muss auch ich habe keinen schwung 1 2 3 ok ich fühle ich meinen in meinen flipper andere richtung jetzt gar nicht so einfach ich weiß nicht okay 1 2 3 weiter ich glaube da kommen wir so nicht rüber ja du musst dann ausspringen wenn wenn du da ich hab dich so ok 1 2 3 wir haben eine große herausforderung für euch viel spaß dabei sie werden niemals zurückkommen wer sie ok 1 2 3 kommunikation ok und nun aber wir schwingen ok ok dann ich sehe ich mal für euch habe ich verkehrt da 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 und dann mit dem schwung haben wir jetzt raus habe ich so ein gefühl okay 123 okay man muss nur springen mit drücken in die gleiche richtung nein ich hatte keine achten aber ich dachte da wird schon reichen okay 1 2 3 ich drücke mal den falsch kommen da ist zum springen ja ich dir mal zehn anstatt mich fixieren 1 2 3 ich bin fixiert ist doch nicht immer dreck looping machen oder dann muss ja ein bisschen höher sobald wir herausgefunden haben wieder funktioniert ist das spiel dran nein okay 1 2 3 ich habe mich fixiert dieser hatte ein beim nächsten funktionieren 12 und rüber so beim schwingen auch noch irgendwie da in die richtung drücken oder so also ich mache es immer 1 2 nein ich versprungen muss man denn immer brauchen 1 2 3 na am besten sagte mir immer wenn er genug schwung hat ja jetzt auch mit mir in die richtung springen in der richtung springen 123 ich glaube ich muss ein bisschen früher loslassen einfach nur weiter fixieren also mal loszulassen wenn ich noch wenn ich soweit nicht noch nicht loslassen wenn ich hier ungefähr hier bin so in der mitte funktioniert da war aber besser vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr weiter also nicht mehr ganz oben ich da oben haben wir schon den ganzen schwung verloren nämlich also wenn ich so wenn wir so unten rechts ungefähr sind sollten wir vielleicht versuchen los lassen wir müssen aber im oberen bereich bleiben damit wir auch den schwung nach oben kriegen 123 ok so lass mal ungefähr los wenn ich so hier ja so 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 hier so ok wartet wir sind höher okay diesmal wenn ich rechts bin jetzt hast du uns nach wir tasten uns ganz langsam nah dran ja wenn du rechts bist also nicht oben rechts rechts ok mit dem momentum kriegt hat irgendwie noch nicht hin ja auch nicht 123 ok wenn ich rechts bin ok ich brauche ein bisschen mehr schwung ja 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 ok 123 ok ich glaube dass ein bisschen zu nah ja ziemlich mal hoch ich glaube da haben wir uns recht weit ausgesucht hatte nein nein noch nicht nein kann ich in die richtung man warte warte noch nicht noch nicht 123 123 123 das kriegen wir schon mal hin und gott rüber nach 123 was für eine lernkurve 123 23 ich trug immer erst im falschen naja wir noch sprengen was auf die ganze zeit und rüber bei mir geht er hat moment um die ganze sein verloren warum ich drücke nach rechts ich drücke die ganze zeit nach rechts jetzt springen warte mal wenn ich dich rüber schwinge geht im moment um verloren er braucht ihr etwa helfe ruft mich wenn du in eine richtung läuft kannst du einen partner ziehen was gibt speicherpunkte sagen wir hier count down ich denke du musst in schuhen holen wie auf einer schaukel zuerst in der richtung denn in die anrichtung so steht noch was man als schwinger machen muss man muss man denn als die andere person machen warte mal okay mit dem die pad kann man halt kann man halt so eine art countdown einrichten kannst du jetzt noch was mit dem counter machen schwingt es nicht anscheinend das ist auch nicht schlecht wir müssen doch erstmal lernen gerade kann ich jetzt hier kann ich auch nicht counter machen so warten muss ich loslassen ich denke die ganze zeit nach rechts ich drücke die ganze zeit nach rechts ich spreche ich drücke nach rechts aber der links geht trotzdem verloren also nehme ich meine das ist irgendwie an der ein bisschen mehr in die mitte bitte da liegt nur das liegt ein bisschen ich glaube da liegt immer an dem schwinger ein bisschen wenn ich rechts bin bitte also ja die normalen sprung haben wir ja 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 vielleicht müssen wir mal erst mit dem looping machen dann ja ja ok warte ich mache ein looping dafür brauchen wir keinen looping sagst du ok so war schon war ziemlich hoch so die erstmal machen wir looping ok eine sekunde ich bereite den looping vor nein andere richtung du springst in die falsche richtung woanders geht soweit ach scheiße so looping wir kriegen das sind ja ja irgendwann schon nur waren wir sind die snuppe brüder wir kriegen das hier unten steht da das wird noch einige male passieren hier habe ich so ein gefühl sein können dass wir so ein poko gar nichts gemacht nein noch nicht nein noch nicht er auf der linken seite geht immer einfach aber haben wir jetzt 20 minuten wir sind noch okay da gibt es nicht mehr da kann man auch eine coole funktion da du hast mit dem ding ist heraus sehr mit mann von der richtigen los dass nur ich nicht ja weshalb ich bei wenn du immer schwingst geht das ganze momentum verloren wie du was machst ja looping bereitet sich vor ich springe zu früh ich nehme nicht an dass ich mehr momentum bekommen kann wenn ich einmal im looping bin ich habe dich respektieren den counten 2 1 so auf der linken seite geht immer voll einfach nur verrechnen also ich finde es rechts wesentlich leichter als links ich drücke schon kannst du ich und das hatte ich vergessen er kann ich auf kurzzeiten um dich festzuhalten t wo ist das da okay denke ich glaube wir können wir uns vielleicht echt an den an den wänden festhalten wir mussten sogar darunter fallen ich will ich will ich will lieber an diese band hier vorunter fallen wenn das geht ich glaube ich glaube ich ist zu tief tatsache ich verstehe ich verstehe ja dann sollen wir uns darüber schwingen während einer von uns da dran hängt ok ja genau warte mal weiter zu machen also ja nun du kannst du dich auch festhalten ja ich kann dich nicht hochziehen ich kriege auch kein momentum wir müssen da rechts erstmal warte mal kannst du dich überschwingen und dann darf es halten ich glaube ich würde schon nach einer zeit ab ja du lässt los ich habe mich dafür bekommen ja war neuer skin freigeschaltet also hatte ich mal fest ja kriegst uns gehen für glaube ich weiß gott ich stecke vor fest jetzt ich kann mich nicht behalten ja aber wie einer muss ich da festhalten und der andere muss dann müssen wir uns von wand zu wand schwingen ich glaube nicht sieht schon wieder aus wie so ein ort wo man irgendwie runter fallen kann da oben wir müssen hier weiter so gott mehr warte mal ob man hätte ich so müssen wir nach links ja genau festhalten stimmt ja genau festhalten das habe ich getan wo ist das unser baby unser baby gott ich glaube da müssen wir gar nicht lang da kommen wir kommen wir glaube ich auch gar gar nicht hin doch wenn wir sagen einer muss sich daran schwingen der andere muss dann darüber stehen wie soll das gehen okay 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 nein 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 wirst du denn wie bist du denn unglaublich du bist es ich habe schon die ganze woche an die sind kursen geübt dieses mal gewinne ich auf jeden fall weil du ein rennen verstehst aber ich das ist eine gurke okay time trials nein ich will jetzt kein time trial machen so was 11 12 oh god um gottes willen andere rechts links geht davon einfacher ich kann dagegen die wand ich habe mal läuft ja diesen level zeigen ja diesen level zeigen wir es zeigen wird genug schwung auch wenn ich das auf der rechten seite irgendwie nie hinkriegt naja wir lernen jetzt wir kriegen es raus ja wir lernen das spiel außer ich bin derjenige der der haken muss dann dann geht als den bach runter wahrscheinlich wir lernen ja ja genau festhalten ich habe ich habe das los okay du bist der festhalter dann immer okay nach rechts bis war jetzt hier hin genau ja ja gott mein gesicht so wieso läuft das schon ja das läuft ja ja das läuft ja 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 ach du musst ich auf anderen seite festhalten ja ja und oben links festhalten und dann wieder rüber schwingen ne ja 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 okay hey lass los naja ja du musst mich ziehen links leute was macht ihr wollt ihr nach oben wie glück ich war noch nicht bereit so ist ein haken die haken die haken da ist irgendwas aber da müssen wir runter ich halte mich fest ach so der war mir kommen wir wieder hoch ich glaube wir müssen doch unterfallen das mal gezielt darunter springt mit dabei runterfallen wir kriegen natürlich was ist da passiert wenn es die chance gibt unsere leben zu retten muss ich das tun ich wollte machen wenn es sowieso auf die herunterfallen sollte man wissen die dinge einsame ich bin zu tieren ja es war der ob bringt ja aber wir kommen gut voran ja es läuft besser als in den ersten 20 minuten habe ich das gefühl ja ich war dann auf dem moment bis wir irgendwie ganz um sind dann kommt irgendwie so eine schlucht die uns andere rechnung irgendwann eine schlucht wo man ganz am anfang wieder landen ja so wird bestimmt kommen ja ja okay ich hab's ich hab's ja wir machen das wirklich gut ja ein richtiger bergsteiger mit power der super brüder wurde erwacht das ist unsere brüder kraft hier waren wir schon genau ja ich fixiere mich fest sehen wir auch das könnte man den haken da irgendwas machen und er war richtig ok ganz springen naja wir kommen nicht dran so ein neues gefilter ich will doch nur nach rechts schwingen denn rechts ist da wurde daumen links ist wo sie sah okay aber es hat da unten rechts nach bars geboren ich glaube da geht es runter versuchen wir es mal rüber zu springen ok und nun eine gute frage was sie jetzt nein das schaffen wir nie im leben darüber glaube ich das schaffen das schaffen wir nicht im leben das war das mal herunter gehen kann man kann man ja wieder hoch springen am ende herrne denke ja was hier dafür müssen wir versuchen durch diesen links da zu springen von oben das mal versuchen irgendwie aus wie so ein netz also basketball kommt wollte ich gerade sagen sie mir wirklich aus gab wie ein basketballkorb dass man da rein springen aber nicht getroffen ich glaube aus uns werfen werden keine profi basketballer also die karriere kann kann ich leider vergessen ja ich werde ich werde versuchen direkt rein zu springen von oben ja ich war ja was klappt naja wenn ich glaube ob der winkel wird nicht passen dann gehen wir nach rechts ich habe mich fest obwohl ich habe mich fest kommt runter nein warum passiert nichts da hinten reinpacken oder weil ich nehme an wir müssen darüber schwingen festhalten das kann sein schafft man so von der kann man soweit schwingen es gibt nur ein weg das herauszufinden die man wie so weit aus also wir haben das zeug dazu ja moment also ja ich habe das rote und das blaue in mir drin du sollst in die anrichtung wieso schaffe ich dann immer erst in die anrichtung warte mal warte mal da ist ja unten irgendwie war zungen da unten gibt es zu diesen eisbären ich denke mal irgendwie so unsichtbare wände sowie mario oder ich glaube es wird es nicht geben wir waren irgendwie noch nie da unten sind wir waren doch da gerade gerade vorhin bei dem eisbären da haben wir doch gesagt da sagt wir wollen wollen jetzt im moment nicht dieses timetrile ausprobieren ok naja ziemlich hoch ok lass los ich ziehe dich hoch wollte sagen fragen kann ich erst mal ziehe ich dich darunter mein gewicht weiß dass ich schwerer bin als du ok vielleicht wäre jetzt ja vorankommen wir sind wir sind so menschen schon mal bei 60 metern ja da steht ich dachte er wäre die ganze zeit der ping oder irgendwie so was ich gleich drauf gar nicht der ping ist bei mir bei 21 hat sich da steht da oben auch noch ja 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 noch recht ich drehe ich ziehe schon ganz durch und so hat sich einmal in die andere richtung der sagt ok ok gucken wie das jetzt abläuft also der ansatz war auf jeden Fall schon mal richtig nur die umsitzung war war vorhin ich will das mal was man schon vorher gedrückt halten oder muss man nehmen muss erst gedrückt hat wenn man die wand tritt wenn man gedrückt hält und dann an die wand springt hat man sich nicht jetzt wird auch ein bisschen männer links vielleicht jetzt ja da ist der haken da kommt der haken ja löchern mister wie geht es wie stets nein sie meisten einfach nicht an das ist schade ich kann mich nicht bewegen man kann sich nicht bewegen mein ding ist bei 0 war meine 2 2 1 4 7 4 8 4 plus 0 9 ich glaube wir müssen mal speichern und beenden weil ich hatte neue staaten aber hat er jetzt da gespeichert auch verlorene verbindung ja ja ich bin gerade ausgeflogen ja wir sind wieder hier wie gehöre ich habe hier auf jeden fall gesetzt ok dann sind wir wieder im business naja das ok so andere seite ok ein bisschen runter oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott nein 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 also so weit sind wir nicht zurück und so lagen und hat ihr es ja kein problem an sagen sie bevor sie abstützen nicht abstürzen jetzt die kleine menschen holen so kann man nicht ganz zum anfang zurück obwohl ein falscher sprung ein falscher und könnte uns das gedicht berechen sehr ziemlich hoch aber weil zwei gedauern mich festzuhalten das ist kein problem alles was es kostet ist zeit keine näher vielleicht ein bisschen nerven aber meinst du willst du wirklich nur ein bisschen helfen also ich bin sehr geduldige persönlich du wirst dich definitiv eher aufregen habe ich sorge für dann lass mich eins sagen das ist sowas von war okay los ich werde wahrscheinlich ein stück jetzt ein time trial also war schon lange nicht mehr andere richtung warum nimmst du die andere seite immer so viel schwung obwohl ich die andere seite hat lasse ich dir eins sein dass ich eine ungeduldige person bin damit hast du vollkommen ich werde wahrscheinlich lachen ganz aber wird schon so wir haben eine zeit ist er ist der erste plan wir sind schon bei 70 meter ich nehme an das ist gut alle richtung ich habe irgendwie was von speicherpunkten es gibt keine speicherpunkte ich könnte schon einfach mal gelesen so ja wir können welche 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 machen das können wir den optionen einstellen wie weit war zurückgekommen sind wir ja wir sind da wir sind einen langen beschweren weg gegangen er war voller gefahren und face vor allen dingen fails ich bin mir ziemlich sicher dass unsere zuschauer darüber lachen werden ja nein nein ich habe das spiel nicht gemacht ich weiß es dort nicht ich habe das spiel nicht gemacht das spiel ist ein bisschen glitschig dabei herstand der letzten verstand der erste bei der steam seite dass die bugs gefixt haben tatsächlich ja dann sehe ich nicht alle oh gott meine aber steuert hier ja 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 finde ich einfach durch die wand klicken ja ja du bist einfach der klitschmeister also mal 63 erinnert mich irgendwie an dieser sanja an unseren einfach aus du bist bei mario world wo ich auch irgendwie glitsch bin der siebte oder der achte part wir hatten doch mal mario world gespielt und ich glaube ich habe mich da auch irgendwo mal mal so ein bisschen durch ich glaube darüber hast du dich auch richtig aufgeregt wir wissen doch alle wer wer schwingen muss ja das weil ich das momentum und ich war nur auf dem moment wo wir irgendwie gezogen werden irgendwie zu tauschen und dann du mir den gar nicht bis zu anfang herunter zwei gedrückt man ein bisschen mehr nach da du sollst in die alle rechte weil ich gerade sagen du schwingst in die falsche richtung ich bin nicht ein pro weiter nicht wenn ich dein bau bist du bist mein brauche du bist so sind du bist sogar mein super bro dem spiel 70 meter okay wir sind zumindest schon bei dem punkt wieder zu schaffen naja jetzt nur schaffen das machen wir jetzt mit links nichts aber ich habe es ein bisschen tiefer nein 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 und jetzt orchestrasse okay 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 er macht mal kurz einen stopf weil wir haben eine stunde erreicht und dann sage ich bar 85 meter machen wir in seinen ersten parter eine stunde für macht sich mich naja könnte schlechter sein könnte aber auch schlechter sein dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder jeder an dieser stelle ja